Ja, moin moin. Zweite Folge ist draußen, heute mit Christoph Mattner. Ein junger Profi, noch relativ frisch im Game dabei, hat relativ auch spontan entschieden, Profi zu werden. Und ja, heute zweite Folge nach der ersten Folge mit Anne Haug. Und ich wollte mit Matti ein bisschen über sein Pro-Life quatschen, aber auch über den Struggle mit dem Hauptjob. Und was ich, by the way, auch sehr, sehr spannend finde, den Hauptjob. Und wir haben hier und da so ein bisschen reingezoomt in seinen Kopf, wie er tickt und worüber er so nachdenkt und was ihn beschäftigt. Gerade auch natürlich auch einen Hinblick auf Ziele, was er denkt, was noch möglich ist im Triathlon-Business. Und ja, freu dich auf eine spannende, knappe Stunde mit Matti, Christoph Mattner. Und ja, lass gerne dein Feedback da und dann wünsche ich dir jetzt noch erstmal eine schöne Folge. Super. Ja, Matti, also um mich mal so ein bisschen bei einem großen, bekannten deutschen Podcast zu bedienen mit der ersten Frage. Wo erreiche ich dich gerade? Jetzt muss ich erstmal überlegen, welcher Podcast das ist. Ja, also du erreichst mich gerade in Berlin in einem Podcast-Studio, wo wir richtig professionell mit Kopfhörer, Mikrofon am Start sind und hoffentlich eine coole Folge aufnehmen. Ja, was man jetzt nicht mitbekommen hat, ist das Heckmack davor, wenn man nicht professionell, sage ich mal, mit dem Equipment zu tun hatte bisher, dass man da durchaus Struggle hat, das einzurichten. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass zumindest der Sound solid sein wird. Für all die, die jetzt hier zuhören, das ist sozusagen ein Videopodcast, so ist es zumindest angedacht. Mal gucken, ob es dann auch so kommt. Genau, und das ist übrigens von Lanz und Precht. Da fragt immer der Herr Lanz den Precht, wo erreicht dich gerade, Richard? Und deswegen hatte ich mir das mal so geschnappt. Ich denke mal, die Verbindung kommt noch daher jetzt, wir sind jetzt hier genau im Berliner Podcast-Studio. Ich komme ja aus Potsdam, gebürtig, und du hast ja auch so eine kleine Verbindung mit Potsdam, trainierst du auch am Luftschutzpunkte, Luftschiffhafen am Stützpunkt, so. Und ich habe auch nochmal eine andere Gemeinsamkeit gefunden, und zwar, glaube ich, hast du auch 2009 dein Abi gemacht, kann das sein? Ja, stimmt, ja. Weißt du noch den, euren Motto-Spruch? Zurbkos Abi Kali oder sowas? Oh Gott, ja. Also gibt es wahrscheinlich bessere. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mich da auch, wie schon in der Schule, auch an der Abi-Feier überhaupt nicht beteiligt, deswegen darf ich da auch nicht drüber herziehen. Ja, ich habe darüber auch nachgedacht, unser war, glaube ich, Bakabi, 13 Jahre rum, also auch richtig schlecht eigentlich. Und ich habe darüber auch nachgedacht, weil ich ja jetzt auch so journalistisch unterwegs bin und Content zu tun habe, und wir hatten damals auch eine, wir hatten eine Abi-Zeitung, oder eine, also die wurde halt einmal im Monat, glaube ich, gemacht, sozusagen, rausgebracht. Und wir hatten auch, glaube ich, so eine Art Radio und wir hatten dann irgendwie so ein Orga-Team, aber ich hatte da auch gar keinen Bock mit, ich wollte gar nichts damit zu tun haben. Und es ist ja eigentlich auch witzig, wie man dann jetzt vielleicht auch ein paar Jahre später, genau genommen sind es dann schon über zehn Jahre jetzt, sogar noch mehr sozusagen, jetzt ganz anders aufgestellt ist. Und ich glaube, du hast jetzt auch einen Post gemacht, wo du vor zehn Jahren noch in zu großen Jerseys und kaputten Stülpen nach Verteidigerpositionen da rumgedüst bist. Und jetzt Triathlon-Profi, also es ist auch ein Sprung. Ja, vor allen Dingen, was ich jetzt mache, hat mit Hobby-Fußball tatsächlich auch echt wenig zu tun. Was war es? Hansa Wittstock? Wittstock, genau, ist mein Heimatverein, tiefstes Brammburg, Ostprik und Tropin, um genau zu sein. Und ja, da habe ich noch Verteidiger gespielt, tatsächlich, ja. Hast du noch Verbindungen zu dem Verein? Ja, tatsächlich, wir schreiben immer ab und zu mal, auch noch Kollegen, wenn irgendwie was anliegt. Ich gucke wie bei allem irgendwie auch mal in die Ergebnisliste oder jetzt durch Facebook, Instagram kriegt man die Ergebnisse ja auch da immer mitgeteilt. Dann gucken wir mal, ob die Torschützen noch irgendwie bekannt sind und so. Und zu 1-2 habe ich auch so noch Kontakt, also schon, aber ja, natürlich sehr minimal alles. Zeit ist nicht gerade so meine, ja, die beste Sache. Hast du eigentlich damals schon irgendwie festgestellt, dass du da ausdauertechnisch irgendwie einen Vorteil hast? Hast du gemerkt, dass es irgendwie leicht fällt oder so? Ja, nach Betrachtung könnte man eventuell sagen, dass ich einer von denen war, die mehr gelaufen sind. Aber dass das jetzt irgendwie, ja, mit Ausdauersport irgendwie eine gute Sache sein könnte, tatsächlich gar nicht. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte schon in der Schulzeit auf 1.000 Meter irgendwie eine 2.55, 2.54 Mal in der 10. Klasse oder so. Wow, okay. Aber ich war aus der Kalten, so aus dem Fußballtraining. Aber das war halt auch so für die Note, so, da hast du ja keinen Plan gemacht, was das bedeutet. Ja, ja. Jetzt haben wir Mitte November 2022 und Triathlon-Saison ist ja mehr oder weniger vorbei. Wobei, eigentlich gibt es ja auch nicht mehr so ein richtiges Ende. Man kann ja irgendwie gefühlt das ganze Jahr racen. Und du hast jetzt deine erste Profi-Saison mehr oder weniger abgeschlossen. Genau. Und was würdest du sagen, also was ist denn dein Resümee? Oh, das ist ganz schwer. In der Nachbetrachtung muss ich sagen, es ist eigentlich total geil, dass ich überhaupt eine Profi-Saison hatte. Also ich habe mit 28 angefangen und kann jetzt sagen, dass ich meine erste Profi-Saison hinter mir habe. Und die auch nicht so schlecht lief, wobei ich innerhalb der Saison tatsächlich das öftere mal enttäusch war. Und das ist halt immer so schwierig. Da muss man natürlich für sich selber dann immer mal so reflektieren, was man so erreicht hat und so. Und muss da auch nicht zu haben und sich selber ins Gericht sehen. Hättest du mich wahrscheinlich Mitte der Saison gefragt, habe ich gesagt, läuft nicht so. Und aktuell muss ich sagen, ich habe halt viele coole Sachen erlebt und auch gute Platzierungen gemacht. Also war es eigentlich eine gute Sache. Ja genau, das sind ja die Sachen, also die Faktoren sozusagen, woran man das bemisst, dass man halt happy ist. Also einer ist natürlich logisch, sind so die Hard Facts, Erfolge, Titel, Platzierung. Wonach würdest du das noch bemessen? Welche Faktoren damit reinspielen, dass du sagst, das war jetzt irgendwie eine dann doch okay oder erfolgreiche Saison? Ja, es geht ja immer wahrscheinlich auch um Progress. Also du willst dich ja irgendwie verbessern. Das muss ja nicht immer nur in der Leistung an sich sein. Das kann ja auch charakterlich sein oder in Dingen, die du halt besser verarbeitest oder die du nicht mehr so ernst nimmst. Und ja, also bei den Profis zum Beispiel, ich kann mich noch an mein erstes Rennen erinnern, 73 Lanzarote. Und hatte den gemacht, weil ich den letzten 73 als Amateur auch in Lanzarote gemacht habe. Und dachte, okay, kennst du Strecke schon mal und so weiter, ein bisschen Infrastruktur. Ich weiß nicht, war natürlich voll besetzt so. Nach Corona war es ja so, dass jedes Rennen erstmal willkommen war. Also die Startliste war auf jeden Fall voll und ich bin einfach irgendwie 20. geworden. Und da habe es ja erstmal richtig dick bekommen. Also selbst bei den Amateuren war ich oft gesamt mehr oder besser als 20. Und da habe ich da erstmal schon gedacht, okay, gut, war das wirklich eine gute Entscheidung hier, die Profilizenz zu ziehen. Aber klar, das ist dann halt ein Rennen, ein Tag so. Und das, ja, so war der Einstieg halt ziemlich hart. Da muss man erstmal drei Tage gucken, wo man so gedanklich unterwegs ist. Aber ist auch alles nicht so wild. Ja, du bist ja, genau, du bist jetzt sehr, sehr spät. Und das ist irgendwie auch eine Gemeinsamkeit, dass wir erst mit fast Ende 20 Krauschwimmen gelernt haben. Was die ganze Geschichte nicht unbedingt besser macht. Aber wie ist denn das so? Also es gibt ja jetzt immer mehr Leute auch, die vielleicht erkennen, ah ja, Profisport ist so ein Ding, das macht mir Spaß, ich will das mal probieren. Wie war denn das für dich so der Prozess, das zu merken, ich möchte das jetzt vielleicht machen und so dieser Schritt dann, so dieser Prozess dann hin, dass du die Lizenz gelöst hast? Ah, das ging ja auch ziemlich schnell, ne. Das war irgendwie so, ja, also das ging halt wirklich eigentlich ziemlich schnell. Das war, mit meinem Einstieg ins Triathlon hatte ich es ja ziemlich einfach, weil ich halt schnell gut wurde und dann hast du natürlich Spaß und dann ist alles cool und dann passt das Umfeld, die sind auch alle euphorisch. Genau, und dann irgendwann war das dann so, dass ich im Prinzip im Amateurbereich eigentlich alles gewonnen habe, war dann als Amateur Sechster gesamt in Rot und dann wollte ich halt einfach sportlich irgendwie dann den nächsten Step machen, wobei ich ein halbes Jahr vorher gar nicht wusste, dass ich den Step überhaupt machen kann, ohne dass es peinlich wird. Weißt du, wie ich meine? Also das ist dann halt so innerhalb des Winters, wo du dich vorbereitest auf Rot und machst dann in Rot einen Gesamtsächsten unter bestimmten Voraussetzungen und Situationen natürlich. Aber dann klar, dann ist es einem halben Jahr später eigentlich eine komplett andere Situation vor dir und du überlegst dann halt, ja, okay, machst halt Profisport vielleicht, okay, ja, dann mal los. Ich kann mich noch daran erinnern, der Felix Henschel ist ja letztes Jahr Furios Dritter geworden bei der Challenge Rot und da war es so, er war ja auch schon zu Gast hier im Podcast, da war es eher so überraschenderweise, dass gar nicht so viel mediale Aufmerksamkeit danach war und auch gar nicht so viel vielleicht auf ihn zukam, wie man es vielleicht gedacht hätte, so für einen sehr, sehr starken dritten Platz. War bei dir da irgendwie was, dass nach dem sechsten Platz dann irgendwie du gemerkt hast, da hat sich was verändert und sind auch vielleicht Unternehmen oder Partner, Sponsoren viel zugekommen? Ne, tatsächlich, also bei Felix natürlich noch dramatischer mit dem dritten Platz, da nicht wirklich Kapital draus zu schlagen, schon schade auch für den Jungen natürlich. War bei mir ähnlich, er hatte ja irgendwie ein YouTube-Video dazu und im Prinzip hätte ich das 1 zu 1 genauso drehen können. Natürlich angepasst auf meine Situation, aber ich kann da vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Bike-Sponsor, aber hatte halt ein Fahrrad von der Firma und die Konstellation war so, dass ich das sehr günstig zum damaligen Zeitpunkt bekommen habe und dann mit der Maßgabe, okay, wenn es klappt, was ich so vorhatte dieses Jahr, dann können wir im nächsten Jahr quasi über den richtigen Step reden und dann halt ein Sponsoring draus machen. Und dann war ich natürlich nach Rot, als dann so ein bisschen abgeflacht ist und ich mich für die neue Saison dann irgendwie vorbereitet habe, schon ein bisschen euphoriter, weil ich dachte, okay, geil, so sechster Platz als Amateur in Rot ist schon nice, vielleicht klappt es ja wirklich und so. Und dann war es halt am Ende natürlich wieder nicht so. Also für mich kann ich total verstehen, was Felix da so für Gedanken hatte und das natürlich traurig ist, dass es dann nicht geklappt hat. Ja, kommen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf so die ganzen Thema mediale Vermarktung und Sponsoring. Genau, wir haben jetzt schon über die Faktoren gesprochen, woran man das vielleicht bemessen kann, dass so eine Saison erfolgreich ist. Ich habe gesehen, dann jetzt auch in Ironman's Schweden, war ja auch schon ziemlich stark, nicht? Du bist dann Achter geworden, ins Preisgeld reingelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber beschreib doch mal so, das war ja auch wahrscheinlich so ein bisschen, würdest du sagen, das war so ein kleiner Durchbruch? Ähm, nee, für mich, also ja, klar. Also das Feld, was halt da war, so, das war schon mega krass wieder. Ich hatte schon so das Gefühl, aber es ist natürlich auch ein total persönliches Gefühl, dass immer da, wo ich am Start bin, irgendwie die Startfelder total voll sind. Das liegt aber daran, dass die Konkurrenz so stark ist, es gibt ja keinen schlecht besetzten Ironman mehr und das ist halt immer krass. Naja, und jedenfalls die Startliste war halt vollgepackt bis zum Rand und da dann achten zu machen. Unter den Voraussetzungen, die ich vorher hatte, ich hatte drei Wochen vor Kalmar Corona und habe mich bis Kalmar zwar erholt und einen normalen Ruhepuls gehabt, aber die Einheiten selber gingen halt gar nicht. Ich bin teilweise 170 Watt im Training gefahren und war am GR1 Rand, am oberen. Und da habe ich schon ein paar Tage vorher gedacht, boah, wenn ich hier durchkomme, alles gut. Ich weiß nicht, am Wettkampftag selber lief es erstaunlich rund, aber ja, das war auf jeden Fall nicht das volle Potenzial. Also im Endeffekt war es traurig, weil ich hätte den Tag wirklich zeigen können, was ich drauf habe, und da wäre auf jeden Fall noch was gegangen. Aber unter den Umständen war es auch wieder okay. Also muss man ja mal sehen. Wie ist es so, als Neo-Pro, wie man immer so schön sagt, dann in dem Zirkus mitzuspielen? Ich glaube, also Alistair Brownie, Peter Emmerich, Franz Löschke haben ja auch dann die drei das Podium klar gemacht. Dann standst du ja dann auch auf der Bühne. Tauscht man sich da aus? Oder hast du da eher so, ich glaube, ich würde da so ein bisschen befangen sein vielleicht, dass man da auch nicht zu viel Fanboy sein will? Weil das sind ja auch schon so die Größen halt. Wie gehst du damit um, jetzt da mit drin zu spielen sozusagen? Ich mache mir ja keine Platte. Also wenn ich Fanboy bin und da habe ich für mich einen Cringe-Moment, weil ich mich irgendwie anhimmelte oder so, das ist voll okay. Nee, ja, es ist Wahnsinn. Es ist halt, ich hatte das mit meiner Freundin schon so oft. Ich habe gar keine Zeit, das alles zu erfassen. Weil ich gucke die halt im Fernsehen, wie noch vor drei, vier Jahren und freue mich da über geile Leistungen, coole Fahrräder, den ganzen Kram. Und dann stehst du halt irgendwie auf der Bühne oder mit oben und so. Das ist auf jeden Fall schon eine coole Sache. Aber nicht so, dass du jetzt im Moment denkst, oh, wie geil ist das? Du hast den Moment und dir wird danach irgendwie dann immer klar so, es war schon krass, was du hier gemacht hast. Ja, sehr, sehr stark. Ja, es ist, glaube ich, ganz wichtig, da auch stolz auf sich zu sein und da mal zu gucken halt, dass man auch mal runterkommt, davon Abstand nimmt, die Leistung halt auch einordnen kann. Hast du da so ein bisschen, kommt man da so ins Gespräch oder ist das dann eher so, dass die dann auch gerade so, die vielleicht schon länger dabei sind, dass das alles sehr professionalisiert ist, dass man da jetzt nicht so wirklich im Smalltalk ist oder wie? Wie läuft sowas ab? Also, ich saß ja nach Kalmar zusammen mit meinem Kumpel Ali Brownie, wie ich ihn nochmal nenne. Nee, Quatsch, aber wir saßen halt alle in dem gleichen Zelt so. Wir hatten irgendwie, keine Ahnung, jeder irgendwie ein Stück Molone, ein bisschen Kuchen und so in der Hand und haben uns halt über das harte Rennen unterhalten. Und ich hatte so das Gefühl, dass es für die genauso hart war wie für mich. Die waren halt einfach nur ein paar Minuten schneller noch. Und, naja, Franz Löschke, mit dem hatte ich da noch getroffen und wir kennen uns jetzt nicht gut persönlich, aber klar, durch Potsdam und so weiter, quatschen wir schon mal. Und was mich so ein bisschen gefreut hat, war, dass Franz zu mir meinte, dass ich mich relativ schnell krass entwickelt habe. Das ist ja auch eine coole Anerkennung von jemandem, der auch schon irgendwie alles gesehen hat im Triathlon. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wer noch saß, Alistair Brownie, Peter Hemmerich und Davis und so weiter und du quatschst halt einfach so übers Rennen, so als wenn es so das normalste Welt ist, dass wir halt gerade den gleichen Triathlon gemacht haben. Ja, spannend. Also da hatte ich ja der Franz dann auch schon auf dem Schirm sozusagen. Ja, weil, also kann ich jetzt nicht ja sagen. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu arrogant oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube schon, er weiß, dass ich auch in Potsdam irgendwie unterwegs bin. Ja, so würde ich es mal sagen. Ja, ja. Ja, du weißt jetzt schon genau, und die sind ein paar, also selbes Rennen, selbe Startlinie, ein paar Minuten schneller halt. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Also 60 Minuten hinter Franz, der Platz drei gemacht hat. Und ich glaube, du bist ja auch jemand, der auch sehr, sehr einfach offen und transparent und realistisch und einfach so einordnet, wo er steht und wo er auch hin möchte. Vielleicht kannst du auch noch gleich nochmal so ein bisschen so deine Ziele teilen. Du hattest mal in einem Post formuliert oder hast mal das Zitat gebracht, Stichwort spaßorientierte Sport treiben. Und ich hatte mich so gefragt, ohne dass du mir jetzt zum Beispiel auch den Kontext gegeben hast, dass du vorher auch Corona hattest. Jetzt startet man da und ist eigentlich ziemlich stark dabei, weil er offensichtlich mehr als irgendwie acht Probys am Start sind und man auch eigentlich damit happy sein kann, also wirklich stolz sein kann auch. Und dann wird man halt Achter, knapp 60 Minuten hinter Platz drei. Und jetzt ist halt so die Frage, wenn man so ein bisschen ketzerisch fragen wollen würde, ist das denn schon der Profisport? Offensichtlich bist du in den Profi-Rängen oder ist es noch das spaßorientierte Sport treiben sozusagen, weil man ja auch irgendwo damit, das ist ja der Beruf, man will ja auch mediale Aufmerksamkeit und man will ja auch die Leistung bringen. Wie ordnest du denn das Ergebnis aus diesem Aspekt ein? Ja, die Profi-Frage ist ja immer so ein bisschen schwierig zu beantworten, wenn man es jetzt definiert, dass du damit dein Geld verdienst oder ob du halt professionelle Leistung bringst oder ob du eine Profi-Lizenz hast oder so. Das muss ja jeder für sich einordnen. Ich würde das doch gar nicht so unbedingt für mich definieren wollen. Ich glaube schon, dass ich mit dem, was ich da leiste und vor allen Dingen in welchem Alter ich das integrieren muss, bin ich wahrscheinlich einer der professionellsten Sporter, die es gibt. Das heißt aber nicht, dass ich am Ende halt irgendwie Erster werde. Also das muss man immer in die Situation angleichen. Und von daher würde ich sagen, dass ich schon irgendwie Profi-Sportler bin, aber jetzt nicht in diesem ganz normalen Geldkontext sozusagen, dass ich davon nehmen kann. Also meinst du damit das Trainingsalter oder generell auch dein Alter sozusagen? Nee, Alltag, sorry. Alltag. Und deutlich. Alltag, genau. Also ich habe ja immer noch meinen Vollzeitjob, auch wenn ich da irgendwie flexibel arbeiten kann und offensichtlich ja auch jetzt nachmittags in Berlin sitze, wo ich in Schwerin wohne. Also das funktioniert schon, dass ich mir da... Hast du eine kleine Anfahrt auf dich genommen hier? Ja, gerne auf jeden Fall. Klar, aber wie gesagt, das kann ich mir dann schon einrichten, ohne dass es irgendwie jetzt ein Riesenproblem auf Arbeit ist oder ich da irgendwie 35 Urlaubsanträge stellen muss. Das ist schon ein mega Vorteil, aber klar, also ich gehe halt, wie gesagt, normal arbeiten. Das heißt, meine ganze Regeneration, mein Alltag, die Verantwortung, die ich in meinem Job habe und so, die spielt ja auch für meine Leistung immer eine Rolle. Von daher würde ich sagen, dass ich schon sehr professionell lebe, um so Sport machen zu können, aber ich kann halt davon nicht leben. Ja, ja. Ja, dann lass uns da mal eintauchen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema. Ich denke mal, ja, viele sind zweigleisig unterwegs und weil oftmals ist es ja so, dass man dann so einen Zweitjob hat und dann ist halt, das läuft halt so nebenher. Und bei dir fand ich es aber wirklich sehr spannend. Also erst mal, ich sage mal jetzt im Mittel, wahrscheinlich trainierst du so dann um die 25, 30 Stunden, so roundabout. Dann hast du ja auch noch deinen Zweitjob um 30 Stunden, hattest du, glaube ich, mal gesagt. Ja, 30 bis 40, je nachdem. Circa, je nachdem halt. Und du bist ja dann als Profi selbstständig eigentlich, oder? Na, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe meinen ersten Job ist immer noch die Kampfmittelräumung und mein Zweitjob ist quasi dann Triathlon. Ja, genau. Ich habe es ja nochmal auch geschrieben. Also du bist, korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch ausspreche, also Dezernent? Ne, das kommt immer aus den Zeitungen. Das passt nicht ganz. Ganz kurz abgerissen. Kampfmittelräumung in Deutschland funktioniert über zwei Wege. Einmal staatlich. Das sind die, die abholen und entschärfen. Und einmal freies Gewerbe. Das sind wir. Wir suchen, bewahren es auf bis zur Abholung. Und damit ist der Job für uns getan. Das heißt, die Chance, dass ich eine Bombe entschärfe, ist nicht so hoch, aber ich finde die im Zweifel. Ja, wie findest du die? Über Magnetismus. Wir haben Sonden, was man vielleicht so vom Münzen sammeln am Strand oder so kennt. Einfach so eine Handsonde. Gibt es auch computergestützte Sachen oder ein paar außergewöhnliche Technologien. Aber letztendlich ist es einfach nur, das Erbmagnetfeld hat einen Magnetismus. Und immer wenn da drinnen eine Verzerrung in Form von eisenhaltigen Gegenständen ist, können wir die messen. Also du bist auch im Feld unterwegs sozusagen. Nicht mehr selber, aber ich habe da angefangen. Genau, ich bin halt wirklich... Hast du da auch so... Genau, den ganzen Tag. Bei mir war es von Anfang an so, dass ich fürs Büro geplant war. Von daher war es nur eine Sache, um das zu lernen. Es ist auch, denke ich, wichtig, dass ich, wenn ich jetzt halt... Ich mache Unterricht für Sprengstoffgesetz und so weiter. Da ist es wichtig, dass du die Praxis halt auch kennengelernt hast und weißt, wie es draußen funktioniert. Dann ist es einfacher, Sachen zu erklären. Und ja, mittlerweile sitze ich zu 190 Prozent im Büro und fahre nicht höchstens mal zu einer Bauberatung raus oder so. Ja, siehste, da ist nämlich... Mein Onkel ist auf dem Bau und er bedient immer die Radlader und Buggys da. Und er meinte auch so ein bisschen spaßeshalber, aber er sitzt immer so mit einem Bein im Knast oder steht mit einem Bein im Knast, weil er dann auch halt irgendwelche... Entweder hat er irgendwelche krassen Kabel, die er nicht durchflexen kann oder sollte im besten Fall. Oder er hat einfach so ein Bomending auf der Gabel. Und da waren auch schon welche dabei. Also das ist halt auch krass. Krass, okay. Und dann kommt ihr dann wahrscheinlich ins Spiel. Ja, im besten Fall sind wir vorher da. Und bevor die Baumaßnahme losgeht, sondieren wir die Flächen ab und bereinigen die auf Kampfmittel. Ist es in Deutschland, wie mit allem kennt man ja aus Corona-Zeiten, wenn du aus Mecklenburg nach Bamberg gefahren bist, wusstest du ja im Prinzip nicht genau, was du da machen musst oder auch nicht. Und so ähnlich ist es in der Kampfmittelräumung auch. Jedes Bundesland organisiert es anders. Beim einen ist es in der Feuerwehr, beim anderen ist es in der Polizei mit angesiedelt. Und dadurch ergeben sich natürlich Zuständigkeiten. Aber in der Regel ist es so, wenn du eine Baugenehmigung in Kampfmittelbelasteten Gebieten haben möchtest, musst du halt das Feuer beräumen. Oder trägst als Eintümer die volle Verantwortung. Das kann natürlich keiner. Ja, ja, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch krass, du hast es ja auch hier und da schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, dass dein Chef da sehr, sehr flexibel ist und du dir das ein bisschen sehr entspannt einteilen tanzt mit der Arbeit oder wie ist die Realität? An der Stelle würde ich mal so arrogant sein, ich bin ziemlich gut in dem, was ich da mache. Und die Alternative wäre ja, ich bin nicht mehr da. Also er trägt ja viele Sachen, die mir wichtig sind und dafür kann er sich darauf verlassen, dass ich alle Dinge mache, die ihm wichtig sind. Und ich habe den Luxus, ich sitze mit meinem besten Kumpel im Büro. Mein anderer Kollege ist ein richtig guter Freund geworden und meinem Chef bin ich per Du und das ist alles halt irgendwie sehr familiär. Von daher sehen wir zusammen zu, dass wir die Firma am Laufen halten und die Sachen funktionieren. Und dann hat auch jeder seine Freiheiten, um sich selber auch auszulehnen. Das ist ja auch wichtig und es ist ja auch, denke ich, so ein bisschen Zeitgeist, dass man Familie, Beruf, Arbeit, alles irgendwie vernünftig unter einen Hut kriegt. Ja, ja. Es ist dann auch Teil des, sag ich mal, Triathlon-Unterlebens jetzt, oder der Marke, was jetzt auch deine Marke gründet, ist so ein bisschen, ja, wie die Community, habe ich auf Instagram gesehen, da konnte man abstimmen. Sind die dann auch Part des Teams sozusagen? Ja. Ja, genau. Unterstützen dann auch sozusagen. Ja, klar. Ja, ja. Du weißt mal geschrieben, ich hatte mir das nochmal rausgeschrieben, dass es eigentlich ziemlich verrückt ist, wie du aktuell dein Leben organisierst. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, warum ist das verrückt? Naja, also man muss sich so vorstellen, dass jede Minute halt irgendwie verplant ist. Ich bin nur in Eile, aber die Eile ist so Gewohnheit geworden, dass das für, also mein bester Kumpel zum Beispiel, der kriegt das ja ab und zu mal mit und der meint, das ist einfach nur anstrengend, dir einfach nur zuzugucken, weil du immer nur halt so irgendwie dieses Getimte und das Talent halt wirklich alles auch immer so zu organisieren, dass es funktioniert. Da muss man schon halt viel, ja, viel vorplanen, viel wissen, was so nötig ist, weil es ist ja immer nur 30 Stunden Training, ist ja Elfman-Rinetto-Zeit. Da ist keine Fahrt zum Schwimmbad dabei, da ist kein Umziehen, kein Duschen, kein Essen vorbereiten und so weiter. Also das wird ja immer mehr. Ja, und wenn du halt, ich sag mal, deinen Job im Büro hast, da habe ich auch Fristen, wo ich Sachen abgeben muss und so weiter und muss aber vorher laufen, in der Mittagspause fahre ich zum Schwimmen, dann bin ich irgendwie bis siebsten Uhr in der Firma, muss dann wieder nach Hause, weil Rad ansteht, 19.30 ist Vereinstraining, dazwischen habe ich nur eine Freundin und irgendwie Haushalt, wo ich nicht viel machen muss, aber so ab und zu mal fallen ja auch Dinge an. Dann hast du deinen privaten Stuff, dann kommt mal eine Rechnung noch rein, dann musst du dich über Strompreise informieren und so weiter. Und das alles halt irgendwie so reinzupacken, dass es jeden Tag auch funktioniert, das ist schon manchmal verblüffend, dass es nicht irgendwie mal kollabiert am Ende, dass irgendwie was zusammenbricht. Ja, jetzt hast du das von außen reingetragen bekommen, durch deinen besten Kumpel, dass es irgendwie schon vom Zuschauen anstrengend ist. Wie findest du das? Ja, ich kriege das immer mit. Es ist ja manchmal gut, wenn du so einen Hinweis bekommst. Es ist so, selbst am Wochenende, wo ich nach dem Schwimmen Zeit habe, mich vernünftig umzuziehen, vielleicht nochmal irgendwie zu schnacken oder dann in Ruhe nach Hause zu fahren, ist es so, dass ich vom Becken zum Schrank nicht laufe, aber mich schnell dorthin bewege und beim Umziehen jemand das Gefühl hat von außen, dass ich gerade Wechseltraining mache, wahrscheinlich, weil du dich so schnell anziehst und wieder zum Auto unterwegs bist. Ich schaffst halt wirklich aus dem Becken raus, mit duschen und zum Auto gehen in halt drei Minuten, wenn es sein muss. Und habe für mich nicht das Gefühl, dass ich in Eile bin, so weißt du, das ist halt so normal. Ja, normal ist auch ein bisschen gefährlich, wenn man das schon gar nicht mehr so wahrnimmt wahrnimmt. Ich kenne das sehr gut. Ich glaube, viele können sich da relaten heutzutage in dem Alltagsbusiness. Für mich geht es so manchmal, wenn ich in der Dusche bin und dann ich dann doch irgendwie merke, als wenn ich mir die Haare rausreißen will, weil ich so schrubbe, anstatt einfach ganz entspannt mal zu machen. Also ich glaube, das kennt jeder. Und vor allem, ich bin auch so ein Typ, der eher so ein bisschen tollpatschig ist. Und wenn man in Eile ist, dann potenziert sich das halt auch nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen probiert, das in letzter Zeit so ein bisschen ruhiger zu machen, mal im Moment zu sein. Und tatsächlich auch, ich mich tatsächlich weniger stoße und weniger Tassen dabei draufgehe. Also ein kleiner Tipp. Ja, muss ich auf jeden Fall. Klar, also das ist halt, aber das Leben ist ja generell, das ist halt sehr viel los immer und muss halt irgendwie versuchen, da nicht verrückt zu werden. Das ist schon richtig. Ja, das ist halt auch, was man ja auch immer so sagt, so nicht die Pros, was so zu den Age-Groupern unterscheidet, ist halt, dass die Zeit eigentlich dafür da ist oder die Zeit extra für die Regeneration halt so nicht. Und so wie du es ja auch beschrieben hast, so dieses morgens vor der Arbeit, dann mittags und dann abends und auch so die Hektik, dann ist ja halt die Frage so nicht, ob diese Regeneration, weil es ist ja immer so ein bisschen einfach Stress und Cortisol ist ja dann immer irgendwie mit im Spiel, nicht? Klar, total. Auch wenn man es vielleicht selber nicht so empfindet. Wie ist denn da jetzt so dein Ansatz, vielleicht auch so von der Planung her? Also du machst das ja jetzt so und es läuft ja auch gut. Ich glaube, du bist auch happy mit deinem Job, auch mit deinem Zweitjob und die sind auch happy mit dir. Wie, aber wie ist denn so jetzt die Planung, wenn man jetzt dann doch sagt, hey, Triathlon, oder vielleicht muss man auch mal so anfangen. Findest du Triathlon als jetzt als ein Hauptberuf auch irgendwo, auch wenn es natürlich nicht ein offizieller Hauptberuf ist oder wie? Was ist für dich dieser Sport? Nee, nicht so richtig, nee. Dafür sehe ich zu viele Sachen, an denen ich halt, also an denen ich arbeiten könnte, wenn es mein Beruf wäre. Und Regeneration, ich sehe das ja oder auch mein Trainer sieht das, drei Wochen Trainingslager bringen mir mehr als zwei Monate Training zu Hause, weil ich da halt nichts machen muss. Und das halt immer manchmal schon, das sind ja nicht die Riesensprünge, aber wenn man das mal übers Jahr gesehen sich betrachtet, wäre das halt schon so. Ich meine, ich wäre dadurch jetzt nicht eine halbe Stunde schneller auf den Ironman, das ist ja klar. Aber jede Einheit wäre ein bisschen qualitativer und wenn du jede Einheit halt besser machst, dann bist du am Ende natürlich so ein besseres Outcome. Ja, von daher kann ich da gar nicht so richtig von Hauptberuf reden. Aber mir macht es einfach Bock. Also ich habe da jetzt auch nicht so den Drang danach, das unbedingt übers Knie brechen zu müssen. Ich habe ja auch eine Verantwortung meiner Freundin gegenüber, dass wir mit der Miete da keinen Stress kriegen, dass wir unsere Autos, unsere Handys bezahlen und so weiter. Und das in der Konstellation, also meine Freundin und unser Zuhause, die finanzielle Unabhängigkeit durch den Job und der Sport funktioniert halt immer noch so gut, dass es mir einfach Spaß macht. Und solange das nicht weg ist, kann ich da, brauche ich ja nicht unbedingt agieren oder jedenfalls nichts übers Knie brechen. Wenn es sich irgendwann nochmal krasser Richtung Sport entwickelt, geil, dann gibt es sicherlich immer noch zwei, drei Jahre, wo ich mit meinem Chef über vielleicht einen Halbtagsjob oder vielleicht ein bisschen weniger reden kann. Aber aktuell ist es schwierig halt. Jetzt mal nur rein von der Lust oder was du spürst im Innerlichen. Hättest du denn Bock, dass es noch mehr Ausmaß annimmt? Angenommen, wenn die Leistungen dann da wären. Ja, wir hatten es ja im Vorgespräch schon. Dieser Traum von so Vollzeitathleten. Klar, ich meine, ich feiere die Videos von den Norwingern zum Beispiel, wie gerade alle irgendwie. Und wollen auch den Hypetrain fahren. Ein ganzes Jahr Trainingslager, nur Höhe, nur Laktatmessung und so weiter. Irgendwie schon. Also ich bin Vollblutsportler, definitiv. Und ich kann mir so vorstellen, als Beruf zu machen. Dafür machen ja auch Trainingslager zu viel Spaß. Ich habe noch nie Lagerkoller gehabt. Ich bin noch nie abgekackt im Trainingslager oder so, weil ich es halt übertrieben habe oder irgendwas. Von daher kann ich, glaube ich, könnte ich den Lifestyle gut leben und hätte auch viel davon. Also ja, also wenn es sich ergeben würde, würde ich es schon feiern, denke ich ja. Ja, ich glaube, da können viele relaten. Jetzt, das ist also das Business und das Finanzielle ist halt so das eine und die Lust auch, aber dann haben wir ja noch die Leistungskomponente, die Performance. Und du bist ja auch, kannst ja nochmal vielleicht zwei, drei Worte zu deinem Coaching-Team sagen, wer du da in deiner Hand hast und vielleicht auch, ob es da dann so einen Plan gibt, also um vielleicht auch mal für die Zuhörer das nochmal einzuordnen, wo du dich oder vielleicht auch dein Team dich seht, beziehungsweise sehen könnte, wo es hingehen könnte. Was kann man denn da so, gibt es da irgendwie, sage ich mal, Szenarien, die ihr vielleicht schon intern entwickelt habt, so nach dem Motto, da könnte es jetzt hingehen? Wir haben noch einen Wunsch, also Ziel ist immer schwierig zu definieren, weil die Ziele bei mir wechseln halt, wie gesagt, jedes halbe Jahr. Deswegen ist es nicht ganz so gut, vorauszuplanen, was da jetzt noch geht, weil ich halt noch sehr viel Potenzial habe. Wenn man sich so vorstellt, wir haben jetzt im Prinzip über die letzten drei, vier Jahre erst ja richtig Leistungssport gemacht. Davor war es so rein konventriert, da habe ich weder richtig trainiert, noch hatte ich irgendwie einen Plan vom Training. So seit drei Jahren bin ich mit meinem jetzigen Trainer Erik Thormann unterwegs und würde sagen, seitdem machen wir Leistungssport. Und wenn man jetzt immer so von dieser 10.000-Stunden-Regel oder die zehn Jahre bis zur Olympia redet, dann fehlen mir halt noch sieben. Das heißt, es ist noch viel Potenzial theoretisch da, muss man mal gucken. Das heißt ja auch nicht, dass jeder jetzt noch sieben Jahre da alles ausschöpfen kann. Das muss man sehen. Aber grundsätzlich habe ich im Training auch schon bessere Sachen gemacht, als ich in den Rennen noch dieses Jahr gezeigt habe. Und wenn wir das zum Beispiel jetzt stabiler nächste Saison hinbekommen, dann wird es auch mal über den 8. oder 5. hinausgehen. Ich werde auf jeden Fall einen Sub-8 Ironman nächstes Jahr wahrscheinlich schaffen. Das wird auf jeden Fall gehen. Was dann am Ende bei rauskommt, ich will als Profi nach Hawaii. Das ist noch mein richtiger Wunsch. Das habe ich meiner Freundin versprochen, wegen Verlobung und Heiraten und so weiter, dass ich so lange Zeit brauche, bis ich es nach Hawaii als Profi geschafft habe. Also jedes Jahr, wo ich es nicht schaffe, fühlst du sich vielleicht. Also das wäre so ein absoluter Wunsch. Klar, Podium beim Ironman wäre mega krass. Irgendwann mal so eine Geschichten. Vielleicht auch noch mal bei den Finals starten. Das ist auch ziemlich geil. Finals, da kommen wir auch noch mal gleich zu, auf jeden Fall, zu dem Bundesliga-Flirt. Ja, da wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Rennen dazukommen. Ja. Tatsächlich. Ja, und da einfach irgendwie alles mitnehmen und genießen und cool Sport mal. Genau, wir reden ja auch immer viel so über das Business und aber das ist ja eigentlich auch ein Privileg und das sagen ja auch so die großen Gäste, war jetzt die Tage mit Anne Hauk gesprochen. Auch einfach so diese, man sieht einfach, wie viel die dafür brennen halt und dieses Privileg auch einfach so genießen, das machen zu können halt. Auch wenn natürlich dann auch Shit-Tage dabei sind, wo man keinen Poker hat. Ja, die hat doch jeder. Also es ist ja, das lebt manchmal an sich, du weißt ja manchmal gar nicht, warum du gerade keinen Bock hast, weil es manchmal auch einfach keinen Grund bedarf, das einfach... Man lamentiert einfach so. Ja, also es ist auch immer okay, kannst du mal einfach mal keine Energie haben. Ist doch scheißegal. Und habt ihr denn irgendwie so einen Plan, so nach dem Motto, realistisch ist jetzt vielleicht in zwei, drei Jahren da zu sein auf Hawaii oder ist es jetzt erstmal wirklich nur von Saison zu Saison sozusagen das zu denken? Ja, ich glaube schon. Also so zwei, drei Jahre klingt auf jeden Fall sehr realistisch. Also der Plan, den wir jetzt eigentlich verfolgen, ist, dass wir an der Grundlage und an der Belastungsfähigkeit, die ich mitbringe, richtig viel gearbeitet haben. Also dauerhaft 30 Stunden oder auch teilweise mehr zu trainieren, musst du ja auch erstmal vertragen, ohne Verletzungen und so weiter. Und dieses Jahr sind wir jetzt ohne Verletzungen durchgekommen, haben wirklich viele Stunden abgerissen und das Fundament steht jetzt. Im nächsten Jahr wollen wir eigentlich versuchen, dass wir ein bisschen nochmal an der Schnelligkeitsfront arbeiten. Ich muss einfach mindestens auf der 70, 300 Minute schneller schwimmen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nur durch ein bisschen Vereinstraining nicht hinkriegen. Deswegen wollen wir vielleicht da versuchen, über kürzere Rennen einfach mehr oder öfter in die Situation zu kommen, halt richtig hart schwimmen zu müssen. Dann dieses harte Anfahren, das kann man sich vielleicht so als Amateur auch nicht so vorstellen. Das ist richtig unangenehm. Also da geht es 10 Minuten, das ist wirklich Anschlag. Habe ich als Amateur nie machen müssen, weil ich habe einfach mein Rennen gemacht und da habe ich gut mit gefahren. Und jetzt ist es manchmal so, dass ich nach 10 Minuten auf dem Rad gar nicht weiß, ob ich überhaupt die Radstrecke bis zu Ende fahren kann, weil ich so grau bin, dass alles nur brennt und so. Genau, und daran wollen wir arbeiten, dass wir die Verträglichkeit noch ein bisschen hochsetzen und nochmal ein bisschen schneller werden generell und dann in zwei, drei Jahren nochmal richtig einen Angriff auf die Hawaii Quali machen. Ja, okay. Jetzt hast du es schon vorweggenommen zu sagen, genau, das würde mich auch nochmal interessieren, also generell so die Leistungsziele, was man sich halt vornimmt, also sozusagen stabil zu sein, den Impact auch gerade zeitlich wegzustecken, weil dein Trainingsalter ist ja auch noch sehr jung, muss man ja auch noch sagen. Du bist jetzt halt wirklich erst ein paar Jährchen sozusagen dabei und was ist es sonst noch so für leistungstechnisch? Also bei dir ist es ja so, um das vielleicht nochmal einzuordnen, du bist ja auch so, dass du wirklich über den Lauf kommst, nicht, also wahrscheinlich auch dadurch dann auch so die mediale Vermarktung oder vielleicht auch so, dass die Leute auch darüber dann mitbekommen, ah, okay, wer ist das da? Schnellster Laufsplit vielleicht auch, nicht, das ist ja auch mal so ein Ding, was ja auch prestigemäßig dann auch zählen kann. Ja, damit habe ich mich ja immer irgendwie gerettet. Mittlerweile ist der, also dieses Jahr war es tatsächlich so, dass ich viel härter Rad gefahren bin als vorher, weil es einfach auch musste, um mit der Hoffnung auch vielleicht in die faire Gruppendynamik zu kommen und so weiter, die ja irgendwie auch wichtig ist. Ich bin deutlich härter Rad gefahren und konnte stabil gleiche Zeiten oder Tick besser laufen dieses Jahr, ist ja auch ein riesen Fortschritt. Jetzt wollen wir nächstes Jahr eben schaffen, dass ich die gleiche Radperformance plus meinen eigentlichen Lauf dann nochmal zeigen kann, der sich dann ein bisschen abhebt. Aber ich war auch jetzt in den Laufsplit dieses Jahr immer noch, immer richtig relativ weit vorne mit dabei, genau. Kannst du dich dann gedanklich darauf verlassen, dass deine Laufstärke dann auch so kommt? Oder also, wie ist das vom Gefühl her, wenn du dann so da an der Startlinie bist und dann auch im Race? Also anhand der Leistungen, die ich schon gebracht habe und anhand der Trainingsdaten ist eine 248 in Kalmar tatsächlich schon abkacken. Okay. Das war schon richtig hart. Also da war ich 30 Kilometer auch. Ich habe richtig gemerkt, ich war energetisch einfach durch. Ich gehe davon aus, dass die Infektion einfach mehr Tribut noch gefordert hat, als ich mir hätte eingestehen wollen. Aber da bin ich den Halbmarathon stabil gelaufen und ging einfach nicht mehr, was ich sonst eigentlich durchlaufe. Ich kann mich ja nicht immer darauf verlassen. Ich habe noch nie den Mann mit dem Hammer gekriegt. hoffentlich bleibt das auch so. Also mein Trainer meinte schon immer, du musst das mal so weit treiben, dass das mal passiert ist. Ich will mal wissen, wo eigentlich da bei dir so das Ende ist. Aber das geht immer noch auf einem ganz guten Niveau, selbst wenn es mir schon richtig dreckig geht. Und ich habe schon oft auch richtig gelitten. Und wie ist das so, was ich auch nochmal verstehen wollen würde? Also jetzt bist du da als Neo-Profi am Start und stehst halt irgendwie so mit den, also wirklich die, die auch schon sehr, sehr erfolgreich waren. Wie gehst du damit mental ran? Also ist es für dich so, dass du das wirklich, dass dich das kalt lässt und dass du da sagst, hey, ich bin wer, ich bin ja selbstbewusst. Sind da auch dann Zweifel im Spiel oder fühlt man sich irgendwie, ist das ein bisschen unangenehm oder wie? Beschreib uns mal so in den ersten Rennen, wie du dich gefühlt hast. Nee, also selbstbewusst gar nicht. Das ist eher so, aber das war auch schon immer so ein bisschen quasi mein Charakter, dass ich manchmal lieber mich hinten anstelle und also ich bin nicht der Typ, der jetzt ewig laut ist oder so. Ich bin jetzt auch nicht total introvertiert, das glaube ich nicht, aber ja, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen. Also wenn mich jemand fragt, erzähle ich super gern, aber ich würde halt nie offensiv auf jemanden zugehen und so ähnlich war es jetzt dieses Jahr in der Startlinie auch. Also ihr habt dann lieber so aus Respekt vielleicht mich doch lieber ein Stück weit zu hinten hingestellt oder irgendwie die falsche Entscheidung getroffen. Ob das einen Rennausgang beeinflusst, nicht, aber klar, Attitude ist halt eine Sache, die dich selber ja auch besser macht. Also wenn du halt von dir überzeugt bist, ohne dass man es übertreibt, also du musst ja jetzt nicht deswegen irgendwie ein Spinner sein oder so, dann musst du natürlich daran glauben, dass du eine gute Leistung bringen kannst und da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. das war halt schon so, klar, ist wieder vielleicht auch so ein bisschen Richtung Fanboy-Moment, weißt du, er stellt sich jetzt den Brownie und läufst da mit ihm los oder dich oder keine Ahnung, also es muss ja nicht Brownie sein, es ist mit Franz ja genauso und da denke ich mir auch, okay, wenn ich eine Chance habe, mit Franz vielleicht mal mitzuschwimmen, einfach hinten in der Gruppe irgendwie an die Füße oder so, klar, so eine Überlegung mache ich mir auch, ist natürlich dann bitter, wenn du nach 200 Meter wieder eine Lücke hast und die erste Burje schon wieder alleine vorne in der dritten Gruppe schwimmst, aber klar, da muss ich auf jeden Fall lernen, aber das kommt auch, ich habe ja nie irgendwie einen Kader oder irgendwas oder mit allen Leuten, die meisten kennen sich ja aus der Kurzdistanzzeit schon oder so und haben ja schon ewig miteinander geraced, wissen genauer, wenn ich mit dem stehe, dann passt schon irgendwie so und ich stehe einfach irgendwie so rum, weiß nicht, links, rechts, Mitte, hinten, vorne, ach scheiße, keine Ahnung, dann ist der Start schon schon da, dann ballerst halt los, nach 200 Meter, kannst die Arme nicht mehr vollakt abbewegen, hast die Gruppe wieder nicht geschafft, die du wolltest und ja, aber irgendwie ist er auch cool. Ich meine, Franz trainiert ja, ich habe ihn ja schon ab und zu im Blue gesehen, also weiß nicht, ob er jetzt letzte Zeit nicht mehr, aber vielleicht kann man sich ja, kannst du dich ja da mit ihm auch connecten, halt zu den gemeinsamen Sessions. Ja, nochmal am Training mitschwimmen und dann hoffen, dass Wettkampf auch reicht. Ja, ja, aber es hilft ja, manchmal musst du es ja einfach nur machen, richtig durchleiden mal im Training und dann geht das ja auch wieder irgendwie. Ja, also das ist auch eigentlich interessant, weil mir hat auch mal jemand gesagt, weil ich bin auch eher so ein Typ, der, wie du schon gesagt hast, sehr nicht im Mittelpunkt des Raums stehen muss, im wahrsten Sinne des Wortes und dann aber eigentlich ein bisschen so die Ironie ist, dass man sich zentriert und aussucht so als Individualsport, wo es so sehr auf Leistung ankommt, so auf Performance, wo dann doch alle auf einen gucken. Also das beißt sich so ein bisschen, sage ich mal, auch natürlich kann es nur weg argumentieren, dass es einfach ein geiler Sport ist, aber trotzdem bleibt es. Vielleicht müssen wir uns sowas beweisen oder so, das kann schon sein. Meine Freundin studiert ja Psychologie, vielleicht sagst du mir irgendwann mal was, was ich für Probleme auszubaden habe. Ja klar, also du wirst schon genau, was du meinst. Das ist schon so. Vor allen Dingen auch mit dem Sport, der jetzt auch sehr viel, das hatten wir auch schon, sehr viel Instagram, jeder hat seinen Videographer in Hawaii mit dabei und so weiter, so muss ich ja irgendwie ausdrücken und irgendwo was von dir preisgeben. Ja, und das ist bis jetzt auch nicht so meine Stärke. Außer mich fragt jemand, oder das ist auch cool, aber von alleine so, ja. Ja, ich habe jetzt vorgestern, glaube ich, ein Video, das hatten wir schon einmal, ein paar Mal von den No Boys gesehen, von Christian Blumfeld und da wurde er so gefragt, er wird ihn dann oft gefragt, so, was machst du außerhalb des Sports? Und dann meinte er so sehr überzeugend zu halten, das ist sein Leben so halt, also er hört jetzt nicht noch zig Podcasts oder guckt sich bei Netflix noch tausend Serien an, sondern lebt halt wirklich nur in Anführungszeichen dafür. Jetzt mal die Frage gestellt, wir hatten ja auch schon ein bisschen drüber gequatscht, was machst du denn so, wenn du nicht trainierst gerade oder wenn du nicht gerade dein Essen preppst oder weiß ich nicht, schon die nächsten Einheiten planst oder Rennen, was machst du so in deiner Freizeit? Gibt es Freizeit? Ja, schon, also muss man sich irgendwie organisieren, ich habe zum Beispiel eigentlich mit meinem besten Kumpel so das Abkommen, dass wir uns einmal im Monat treffen und einfach irgendwie den Jungs anmachen, wir zocken manchmal am PC einfach drei Stunden so, quatschen kaum miteinander, wir sehen uns ja auch jeden Tag auf Arbeit mittlerweile, aber so, genau, aber einfach dieses Zusammenhang mal zocken so, irgendwie so ein altes Computerspiel von vor 10, 15 Jahren oder so. Was zockt ihr? Dota heißt das. Dota, ah, das ist, du hast so einen komischen Helden, der hat so vier Attacken und dann wird gefightet. Ja, ja, ich kenne das, das ist doch ein Online-Spiel, oder? Genau. Multiplayer kann man das? Das ist Multiplayer, manche kennst du als League of Legends, League of Legends. Das ist ähnlich halt, ja, genau, sowas ist das. Ja, und dann einfach ein bisschen hin und her datteln, gegen Computer, nicht gegen echte Menschen, weil die sind zu stark. Und so geht es einfach, so ein paar Illusionen und so weiter. Genau das ist halt super wichtig, dass du mal so eine Auszeit hast. Manchmal ist halt auch einfach cool, mal einfach nichts zu machen, so ist, also Couch. Kann man das heutzutage? Also ich rede auch oft so mit meiner Freundin drüber, dass es teilweise schwerfällt, nichts zu machen. Na, wenn du mit nichts machen wirklich nichts machen meinst, dann auf jeden Fall, weil man mittlerweile ja auch durch eine nicht ganz minder starke Handysucht halt in den Reboots auch nochmal bei Instagram halt alles durchgerollt und doch wieder in der Triathlon-Bubble hängt, dass sie ja auch irgendwie was tun, aber ja, weiß nicht. Also, ja, es ist wenig. Es ist sehr wenig abseits der Triathlon-Bubble. Also in meiner Off-Season habe ich halt irgendwie auch das Problem gehabt, dann lief Hawaii und St. George und dazwischen noch Rennen und naja, was machst du? Ne, Triathlon-TV-Abo, die gucken mittlerweile alle Kurzdistanzrennen. Also bist du auch so ein Heavy-Consumer, so wie ich so, der sich auch eigentlich tendenziell alles reinzieht. Ja, schon würde ich sagen, Dadurch, dass mein Coach ja auch in Potsdam am Stützpunkt auch viele Junge kennt, ich habe ja jetzt auch viele Junge kennengelernt und dann hast du halt überall bekannte Gesichter dabei und so und dann, keine Ahnung, ich habe mich auch zum Beispiel bei der 73 WM riesig darüber gefreut, dass Mika so am Start war und so, den ich jetzt nicht auch wirklich super persönlich kenne, aber mit dem er einfach schon Kontakt hatte und wir hatten auf Malle, wollten wir eigentlich zusammen mal trainieren, hat er sich dann irgendwie mit dem Fahrrad geschmissen, wodurch das nicht geklappt hat und so, aber irgendwie dadurch, naja, ist jetzt nicht eine Nähe da oder so, aber du hast immer so, wo du Leute schon mal irgendwie kennst, so einen Bezug zu hast und dich dann halt irgendwie da freust, wenn die halt irgendwie abreißen. Ja, ja, ja genau, du hast es schon angesprochen, gerade mit dem Kobe, dass er einmal im Monat das macht, du hattest es jetzt mal Notbremse genannt, das impliziert so ein bisschen, als wenn du vorher da so ein bisschen so völlig auf der Überholspur warst und dann das irgendwie erst festgestellt hast oder war das, interpretiere ich da zu viel rein? Ähm, weiß jetzt nicht, müsste ich mal auch in den Zusammenhang gucken, also es kommt schon oft davor, ich habe auch so ein, zwei Mal im Jahr, ich weiß nicht, also ob das damit zusammenhängt, aber so quasi mal so ein Tag von meinem Körper einfach richtig rebelliert, da stehe ich morgens auf und weiß, ich brauche nicht aufstehen, so Kopfschmerzen, manchmal, ich bin nur schon immer in zwei Mal dann irgendwie brechen gegangen oder so und das ist einen Tag später einfach weg und keine Ahnung, was das ist, ich schätze schon, also wie Warnzeit oder so Überlastungserscheinungen in dem Moment sind. Jetzt über den Winter ist eigentlich meist kein Problem, weil nicht so viel anliegt, aber klar, diese ganzen Eindrücke, die auch durch die Reisen an sich kommen, weil eine Reise schön, Trainingsack ist geil, aber dieses Tasche packen, dieses Hinfahren und so weiter, ich will gar nicht drüber jammern, aber das Gesamte dann kann dann am Ende der Saison halt richtig anstrengend werden. Ich habe es jetzt wieder auch bei meinem Rennen in Dresden und Venedig gemerkt, dass so ein bisschen der Hauptakku einfach leer ist. Weißt du, du hast zwar immer noch Energie und es ist auch immer noch so, dass du deine Leistung bringst, aber so die letzten Prozent fehlen einfach. Auch Commitment, also nochmal richtig durchzuziehen, powern, richtige Einstellungen zu haben, das ist schon manchmal dann einfach hart. Und wenn, es darf halt auch nichts am Rande passieren. Also wenn bei der Arbeit dann oder bei meinem Job noch irgendwie, keine Ahnung, ein Fehler passiert oder irgendwie eine blöde Geschichte ist, die wir lösen müssen, dann ist das manchmal einfach zu viel, dann kann ich es nicht mehr wegdrücken. Und dann muss man mal auch heulen. Also jetzt nicht richtig heulen in Form von Tränen, da muss ich mich selber mal ein bisschen bemitleiden, ein bisschen rumjammern. Das gehört dazu. Und dann gibt es da auch wieder die Woche danach, das ist dann wieder besser. Aber klar, ich falle öfter mal in so ein Loch, wo du einfach die Schnauze voll hast. Das ist völlig normal. Ja, aber lass uns nochmal zu dem Kurzstanz-Zirkus kommen, zu deinem Bundesliga-Flirt, wie ich es genannt habe. Das ist ja auch da, wo wir auch schon mal ab und zu bei Instagram ein bisschen geschattet haben, weil es einfach schon krass ist. Ich habe das auch verfolgt live, wo du ja dann auch wirklich Airtime bekommen hast, sozusagen, als der Oldie sozusagen bei den ganzen Kids da draußen. Ich glaube, du bist ja dann auch mit Justus Nieschlag auf die Strecke gegangen, im Pool sozusagen. Ja, aber nimm uns doch mal ganz kurz mit. Also du bist jetzt Langdistanz-Triathlet, wir sind nun mal halt die Diesel, die können ja eigentlich nicht schnell. Und du raced dann aber beim Sprint-Format Finals jetzt, wann war es im Juli? Ja, Juni, Juli irgendwie sowas war. Juni, Juli, irgendwie sowas, genau. Kurzdistanz, also wirklich mehr Laktat geht wahrscheinlich nicht für uns. Sprint-Format in der Staffel Potsdam, Triathlon-Potsdam, startest du dafür? Wie kam es dazu? Und also wie, ja, nimm uns doch mal kurz damit, wie das so ablief. Ja, das war auch wieder so ein Zufall, ne? Den, da habe ich vielleicht einfach auch Glück, irgendwie, dass ich an die richtigen Leute geraten bin. Das war so, dass, ja, Triathlon-Potsdam ja ganz normal, klar, mit Laura Lindemann, Nina Aym und so, war es ja klar, dass sie auch um die Medaille mitmachen wollen. Und die wollen natürlich dann entsprechend auch die Jungs dazu haben, dass sie sowas würden. So, dann haben wir mit Luca, Justus, Malte und so, ja, schon ein paar jute Jungs. Und Luca war auch im Start. Malte, glaube ich, war verletzt. Und Justus hatte Corona. Na ja, und dann, wo kriegst du kurzfristig irgend so ein... Was heißt kurzfristig? Ich glaube, Montag Anruf, Mittwoch Race. Mittwoch Nachmittag. So mitten in der Woche, so zwischen... Also ich habe morgens noch gearbeitet und bin dann zum Rennen gefahren. Mittags, so durch Mittagsstress in Berlin zum Start. Und dann, ach so, du startest übrigens als Letzter gegen Justus und so. Da dachte ich mir auch so, alte Scheiße, ey, Gott. Na ja, in dem Fall, war das irgendwie, ich sage mal, für mich persönlich vielleicht eine glückliche Fügung, aber es konnten halt ein, zwei Jungs nicht und ja, Ron Schmitz, der Trainer, letzter Ausweg, war halt der alte Sack, dass du eine Mannschaft da irgendwie stellen können und... Können wir das machen? Können wir das bringen? Ja, genau da, das wollte ich gerade noch erzählen. Und ich war ja vorher im Kreichgau schon in der Bundesliga-Truppe und habe da schon ausgeholfen, um die vier voll zu kriegen, dass du das Ergebnis gewertet bekommst. Fünf dürfen starten, mindestens vier müssen, aber ins Ziel kommen, dass du halt gewertet wirst. Da war ich im Kreichgau schon dabei, hatte eigentlich ein geiles Schwimmen, war irgendwie in der dritten Gruppe dabei, hätte auf dem Rad vielleicht sogar an die zweite ranfahren können und habe mich dann so beim Wechsel schon gefreut, habe noch ein paar Plätze gut gemacht, bin aufs Rad gesprungen, irgendwie beide Gummis von den Schuhen irgendwie ab, alles gedreht, ich so nervös und kam nicht in meine scheiß Schuhe rein, habe dann natürlich nicht mich einfach raufgestellt, bin losgefahren, habe versucht da irgendwie reinzuschlüpfen, alles weg, alle Gruppen wechseln, habe mich alleine hinterher gefahren und so und da haben natürlich die Potsdamer, die da im Team auch mit dabei sind, schon gedacht, oh Gott, jetzt kommt der wieder, Alter. Läuft auf Platz 50 in der Bundesliga ein, weil er zu blöd ist, so wechseln und jetzt soll der auf dem kürzesten Format, was das gibt, bei uns gegen Justus, der Jüd-Medaille jetzt weg, du kannst vergessen. Naja, und das wusste ich vorher schon, das hatte Ron mir auch erzählt, dass natürlich er mit der Entscheidung nicht auf positive, positive entgegenkommen hatte. Naja, und so bin ich da schon hingefahren. Ron hätte es mir auch einfach gar nicht sagen müssen, weil es jetzt einfach gesagt, komm mal her, du musst uns helfen und so, hätte ich wahrscheinlich ein anderes Gefühl gehabt und so wusste ich schon, dass alle darauf warten, dass ich nochmal verkacke. Und das dann so mitten am Tag im Olympiastadion oder am Olympiastadion dann so auch mit Laura, Nina und so, naja, müssen wir mal gucken, wir racen gegen die und sie und da müssten wir so und ich dachte schon, Alter, aber wie waren das also, aber wie sind denn dir die Leute begegnet? Na, die ganz normal. Also Luca ist halt ein junger Typ so und dem kommt einfach gut klar, ich weiß es auch nicht, der hat auch wahrscheinlich in seinen jungen Jahren, vielleicht tue ich mir jetzt so Unrecht, aber gar nicht so die Gedanken, die ich habe so mit Anfang 30, so weißt du, wo du dir halt wirklich eine Platte machst um alles, der hat einfach Bock zu racen und raced einfach so, ohne dass es vielleicht ganz große Drama für ihn selber ist. Ja, Nina, mit Nina komme ich eh gut klar so, das war kein Problem so, die haben auch vorher mich so ein bisschen abgeholt, weil ich schon gesagt habe, naja, mal gucken, ich gebe mir Mühe auf jeden Fall und so und naja, wird schon Mati, wird schon und so, ich weiß nicht, was sie im Stillen gedacht haben, aber naja, naja und dann, ich war halt maximal nervös, richtig maximal. Ja, das ist laufig. Na ja, wie gesagt, ich wusste ja dann, ich muss gegen Lustes nie schlagen, das ist natürlich doch die beste Option, da so ein Rennen zu machen. Ich hätte auch relativ gleich losgelegt, also er hatte, nee, du hattest ein bisschen Vorsprung, oder? Na ja, wir sind, ja genau, wir sind fast gleichzeitig ins Wasser gegangen, ich war eine Sekunde vor ihm im Pool oder so, zweifelnd, also fast zeitgleich und das habe ich ja im Rennen auch schon mitbekommen, also ich wusste ja, dadurch, dass wir vorne mit bei sind und wahrscheinlich auch Nina zu mir wechselt in Führung, das hat sie ja nicht besser gemacht, weil dann ist er, wären wir schon Fünfter gewesen, hätte ich ja nicht mehr so viel versauen können, aber jetzt warte, und dann kommt sie als erstes so um die Ecke geballert und ich dachte so, alles klar, okay, ja, mach einfach so, dann los, die ersten 25 Meter, bin ich dann bei Justus an der Hüfte geschwommen, so war natürlich viel zu schnell alles, naja, und ich glaube beim Schwimmen hatte ich dann 25 oder fast 25 Sekunden, als wir aufs Rad gestiegen sind, dass es so 250 Meter ist, kannst du ja eigentlich keinem erzählen, ne? Ja gut, das ist, er ist halt auch, ja, Weltklasse, also nicht Olympia und so. Er schwimmt halt in der WTSO vorne mit so, jetzt ist auch alles okay, Rad war gut, ich glaube Rad sind wir fast gleich gefahren, ich habe den schnellsten Laufsplit des Tages gehabt und aber durch das Schwimmen hatte ich halt so viel Rückstand und einen kleinen Fehler beim zweiten Wechsel, das dann für Laura nicht mehr gereicht hat, um Gold mitzumachen, weil Buschhütten, wie die meisten wahrscheinlich wissen, ja auch ein gutes Team immer am Start hat, also hat es für Gold leider nicht ganz gereicht, im Nachhinein habe ich sicherlich vieles richtig gemacht, paar Fehler, ich weiß nicht, ob es dann gereicht hätte, aber. Krass, also ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, du bist glaube ich siebter von 26 Startern gewesen insgesamt mit meinen drei Disziplinen und das sind alles Kursinstanz-Triathlet nicht und du dann als Diesel, als Oldtimer, also da kann man schon mal sich auf die Schulter knopfen. Ja, im Nachhinein war es mega geil, weil es so eine Genugtuung war natürlich gegenüber den anderen und so weiter, klar, dass ich da als Langinstanzler und ich hatte ja auch gerade den Ironman Lanzarot irgendwie noch nicht ganz so verdaut, also es war jetzt nicht so mega krass viel Zeit dazwischen, dass wir hätten schnelle Sachen trainieren können, machst halt den schnellsten Laufsplit des Tages so, das ist schon geil in dem Feld, ne? Ja, also. Und hat man da die Kameras im Kopf? Das ist schon hart und angenehmer. Ich dachte so, als wir da auf der Inn geraten waren und die Kamera war so, na, ich glaube so, wenn du siehst es ja jetzt hier vielleicht irgendwie auf 20, 30 Zentimeter, halt auf meiner Höhe so gehalten, weil ich dachte nur, Alter, einschlenke, dann haut der mir das Ding an den Kopf, so, ne? Wir sind ja irgendwie mit 40, 45 durch die Stadt gepoltert, ja, das war schon irgendwie komisch. Und dann immer halt wirklich so, die halten dir ja diesen Apparat so richtig vor dem Gesicht, so, weißt du, war schon krass. Beim Laufen war es nicht so schlimm, da fahren sie vorne weg so und haben dich ja quasi im Frontalbild. Das geht dann aber auf Rad waschen komisch, ja. Ja, vor allem, also, was ich mir auch vorstelle, so, ich hätte, glaube ich, richtig, das wäre mir das brutal unangenehm, gerade jetzt nochmal davor in dem Rennen in Kreichko, wo du dann als Letzter rennst so und alles ist schon vorbei und dann kommst du als Einziger sozusagen an, ich war nicht letzter im Kreichko, Gott sei Dank. Ich habe nur 15 Plätze beim Laufen gut gemacht oder so. Achso, du hast dann die anderen überholt. Aber Radfahren war es dann nicht, dass du mehr oder weniger alleine warst? Ja, Rad war ich alleine, hinter mir sind ein paar rausgedroppt, die wurden, also wenn du da irgendwie überholt wirst oder so, dann bist du raus, genau, weiß ich nicht ganz genau, wie das System ist und ich bin aber trotz des Wechselfehlers die gleiche Zeit gefahren wie die Spitze fast, alleine. Das war eigentlich aber fast wieder cool, es war auch da schon so krass voller Laktat, das kenne ich ja auch aus Kebrenz oder? Ich wollte mich ja auch anstrengen, wollte ja auch irgendwie gut sein fürs Team. Ich kam zum Laufen, habe mein Rad abgestellt und war so voller Laktat, dass ich so beim Schuh anziehen so leicht zusammengeklappt bin, weil meine Beine so weich waren, dass ich eigentlich kaum richtig stehen konnte und dann muss ich ja jetzt noch 5 Kilometer laufen, Alter, Scheiße. Naja, und dann noch einfach irgendwie durch. Naja, es sind auf jeden Fall Grenzerfahrungen. Naja, es ist ja gut ausgegangen und hast du schon gesagt, nächstes Jahr vielleicht wieder, da gibt es wieder einen Plan vielleicht? Ja. Wirst du nominiert? Ja, ich kann wahrscheinlich nächstes Jahr tatsächlich ein bisschen öfter starten, ja. Aber ganz genau, ich glaube, also wir sind ja in Potsdam, ich habe in der Regionalliga zweimal noch mitgemacht, wir sind da in der zweiten Liga, da kann ich auf jeden Fall starten. Das ist vielleicht doch erstmal zum Reinkommen das bessere Format. Aber Bundesliga, wenn die Termine raus sind, wenn wir mal gucken, ob es passt und dann würde ich das auf jeden Fall gerne mitnehmen, weil ich sage mal, in der kurzen Zeit kann ich nicht mehr lernen, wie Triathlon funktioniert, und ich habe auch auf der Mittel- und Langstrecke mittlerweile immer die besten oder mit die besten Wechselzeiten einfach, weil es jetzt wie wichtig das eigentlich ist und du halt viele Sachen darüber nochmal schönen kannst oder Gruppen kriegst oder halt Sachen besser machst. Ja, ja, ja. Jetzt ist es ja genau so, dass wenn man so ein bisschen deinen Namen googelt, dann ist es ja oft so, dass da Keto gehen, der Keto Matti oder sowas taucht dann immer auf und auch mit Daniel Pugel. Heute sollte es ja mal nicht so darum gehen um die Ernährung, aber ich glaube, da bist du ja auch einfach auch mittlerweile so mehr oder weniger Experte, Pro, gerade auch natürlich in Kombination mit dem Daniel Pugel. Du hast ja auch schon gesagt, ihr wollt da vielleicht auch was zusammen machen, dass man sich da vielleicht auch, ich meine jetzt, es hören sicherlich auch vielleicht der ein oder andere Pro hierzu, dass man sich da vielleicht auch mal austauschen kann und kann man da auch auf euch dann zukommen oder wie läuft das? Ja, definitiv. Also es gibt ja ein, zwei, die ich jetzt auch kennengelernt habe, gute Kumpels von mir, die fragen mich ja auch, warum und warum das machst und so weiter und so fort. Ich habe ja auch so einen oder anderen Podcasts jetzt so in Sachen Keto schon aufgenommen und es gibt sicherlich Sachen, die man von mir vielleicht lernen kann in Sachen Fettverbrennung und so weiter, weil ich da ziemlich viel durch habe und ziemlich viel auch getestet habe und so weiter. Ja, also wenn jemand fragen könnte, klar, aber offensiv so das anbieten, weil ich halt da so ein Experte bin, ja, wäre wieder nicht so meine Art, aber grundsätzlich klar, wenn jemand eine Frage dazu hat, wäre es immer okay, klar. Kann er auf euch zukommen, so. Dann können wir mal die Super Sapien zum Beispiel auswerten oder so. Genau, das hatten wir auch im letzten Podcast, stimmt, das sieht man ja jetzt eigentlich auch an jedem Prizeps. Die Diabetiker lachen sich tot. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, da stecke ich wirklich gar nicht drin, aber das müsste man in so einem Deep Dive, dann müsste man einfach mal... Da ich mit Super Sapiens nicht so viel bis jetzt zusammenarbeite, für alle, die es ein bisschen günstiger haben wollen, sollten wir bei Freestyle Libre vorbeigucken, so die gleichen Sender aus der gleichen Fabrik kosten ein Drittel ohne Abo. Guter Tipp vielleicht. Ja, das wäre vielleicht noch. Ja, ja. Ja, sehr cool. Und genau, also jetzt, wie gesagt, du hast ja dann sozusagen, eigentlich stehst du ja auf, sag ich mal, einem stabilen Fundament. Kann man das trotzdem irgendwie unterstützen, wenn jemand sagt so, hey, ich finde das irgendwie cool, die Intentionen und will da irgendwie den Jungen so ein bisschen supporten. Wie macht man das dann? Hast du irgendwie einen Spende-Button oder kann man auf deine Website oder wie sollen die Leute da nicht rantreten? Ja, Unterstützung hilft halt immer, klar. Das kennt jeder Amateur, je besser auch das Material ist. Da gibt es einfach Sachen, die man so schnell nicht trainieren kann. Also ein guter Ero-Test bringt dir wahrscheinlich mehr als ein winterlanges Training. Das ist leider so. Von daher ist Unterstützung immer geil, in welcher Form auch immer. Ja, am besten einfach anschreiben und irgendwie durch Telefonieren, Internetseite abchecken. Ja. Und wie gesagt, wir machen bald auch ein bisschen mehr auch bei Social Media, wo man dann in Kontakt kommen kann. Das wird gehen. Ja, das ist schon. Ja, Support ist immer, klar, man macht das immer nicht gerne so, nicht, dass irgendwie, man will sich auch nicht anbiedern in dem Sinne. Das zum Beispiel heute hier auch nicht so, ist auch möglich durch Spenden, statt dass ein, zwei Leute da auch erst sagen, hier, euch unterstützt hier die Arbeit von dem Sören hier Watteslos-Podcast, dass man eben auch jetzt hier in so einen kleinen Live-Session investieren kann. Wer da auch und das supporten will, ich haus noch mal in die Show Notes sozusagen. Ich würde sagen, ich habe jetzt hier noch so ein kleines Gimmick hier mit den Karten, die jetzt die Zuhörerinnen hier nicht sehen können. Ich habe jetzt hier mal so neun Karten rausgesucht und du kannst jetzt gleich mal drei davon wählen. Okay, schauen wir mal. Über welche Alterserscheinung kannst du herzlich lachen? Ich denke über schmerzende Knochen. Wenn ich da so an meine Disco-Zeit denke, konnte ich morgens um fünf aus der Disco kommen und um zehn Uhr Fußball spielen. War alles kein Problem. Wenn ich heute bis um ein Uhr nachts wach bin, dann bin ich am nächsten Tag kein Mensch mehr. Ja, das ist auf jeden Fall in meinem jungen Alter schon problematisch. Okay, schauen wir auf heute. Woran merkst du, dass du richtig liegst? Das ist wahrscheinlich im Bett gemeint. Ja, seitlich, mit Hand unterm Kopf, irgendwie ausgestreckt alles, Handy so platziert, dass ich YouTube zum Einschlafen gucken kann, weil ich sonst so viele Gedanken im Kopf habe. Ja, das ist eigentlich die perfekte Mischung aus leise Lautstärke, aber laut genug zum Hören und Verstehen. Also ja, das wäre so meine Position. Das ist tatsächlich anders gemeint. Kannst du aber gerne auch nochmal, und zwar, woran du richtig liegst. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Aber ich habe das Gefühl, ich liege eigentlich immer richtig, weil wenn ich was nicht weiß, dann sage ich tatsächlich, dass ich keinen Plan habe oder dass nur quasi eine Meinung empfindende Gefühl ist und ich keinen Plan habe. Also ich liege eigentlich immer richtig, wenn ich es auch so sage. Oder zumindest in meiner Welt. Okay, und zur letzten Sache. Was bist du bereit, für das Erreichen deiner Ziele aufzugeben? Schwierig. Ich würde sagen, alles eigentlich. Das ist ja irgendwie wichtig, für seine Ziele irgendwie zu kämpfen. Das muss natürlich alles immer realistisch bleiben, ohne dass man irgendwie sich selber Richtung Abgrund bewegt. Aber für die Ziele und für ein persönliches Glücklichsein sollte man im Prinzip alles investieren, was unter normalen Bedingungen, ohne kriminell zu werden, Ellbogen raus und so weiter möglich ist. Ja, so will ich es machen. Ich würde schon mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier extra die, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden Fahrtweg auf dich genommen hast und auch das Chaos hier, das Technikchaos vorab, was man so wirklich nicht gesehen und hören konnte. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wenn jemand im Nachhinein irgendwie auf mich zukommt, würde ich sagen, leite ich das alles weiter an dich und vielleicht auch irgendwelche in Richtung ketogenäher Ernährung, wie gesagt, wo da vielleicht auch Expertise ist, dann würde ich das alles an dich weiterleiten und dann würde ich sagen, dass du da erstmal jetzt hier vorab die letzten Monate noch gehören. Ja, muss ja nicht immer Keto sein, also letztendlich, glaube ich, ist es, der Low-Carb-Ansatz trifft es wahrscheinlich viel mehr, weil ich kenne ja auch viele jetzt gerade wahrscheinlich durch Dan Plus und die ganzen Athleten, die da so unterwegs sind oder die Chelsea Sodaro ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, dass es nicht Keto sein muss, aber wenn man so weiß, wann welche Kohlenhydrate vielleicht sinnvoll sind und wie man ein bisschen besser die Fettverbrennung trainiert, trifft es eigentlich mehr. So bin ich auch unter. Ich bin nicht Hardcore-Keto, jetzt 24-7 sozusagen, aber klar, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, cool hier gewesen zu sein, auf jeden Fall geile Atmosphäre mit Kopfhörer, Mikrofon am Start und so, schon ein cooles Gefühl. Ja, war sehr unterhaltsam. Hier, genau, Profi-Setup hier. Das ist schon geil. Dieses Leuchtpult vor mir. Ich habe immer so das Bedürfnis, da auf die Loop-Station zu drücken und irgendwie ein Beat zu bauen. genau so. Ich weiß nicht, ob ich drücke mal lieber nicht drauf, was dann passiert. Dann löschen wir noch die ganze Aufnahme. Ja, also, ja, dann auf jeden Fall gute Heimfahrt und wir hören uns auf jeden Fall. Jo, danke dir. Danke dir auch. Ciao, ciao.